Warnung! Dieses Video enthält laute Geräusche und kann zum Herzstillstand führen. Salut meine Freunde, die haben jetzt noch ein Video. Heute spiele ich Apokalypsi Rising. Ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wo ich mich hindrücken muss. Kann ich mich gelb machen? Ich kann Haare haben. Okay, continue. Ich will mich da ein Trinker sein. Spawn. Siding the round. Spawning character. Boah, das hat mich erschrocken. Ich höre über Polizisten. Day one. Kann ich jetzt Auto? Was? Okay, das ist cool. Oh. Hä? Hä? Das ist spiegelverkehrt, wie man steuert. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Okay. Das ist aber nicht das, was ich hier... Ich mache heute. Kann ich hier mitfahren? Oh, Mann. Okay. Schauen wir ihn an unser letztes Auto und fahren hier lang. Okay, jetzt nicht mehr Spiegelverkehr. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell. Ähm... Ja, wir sind hier zu einer Ritterburg... Burg... Wo wir den Zombie direkt überfahren könnten. Hoffentlich ist es ein Zombie. Oh! Ist er tot? Er ist tot. Woher gehe ich... Ähm... Ja, komm. Okay, komm her. Komm her. Ein Lichthaus. Komm. Der Babo ist da. So stirbst du nicht. Day 2. Warte mal. Ich habe einen durchsichtigen Kopf. Oh, nein. Doch nichts. Meine Cola oder so. Soda. Pepsi. Da muss ich direkt an Crelano denken. Falls der ist... Ah, eine Shotgun. So, hier bin ich jetzt hier oben. Die coolste Aussicht. Da ist unser Auto. Oh, nein. Oh, nein. Schnelles Auto. Ich brauche einen Mad Kids. Gibt es hier Mad Kids? Oh. Oh. Schnell, 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 schnell. Oh. Hä? 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 Ah. Die Fläche finde ich hier. Ich brauche Hilfe. Oh, nein. Warum greifst du mein Auto an? Oh. Geht weg von mir. Weit fahren. Ah. Nein. Geh weg. Geh weg. Nein. 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 Gucke. So. Jetzt kann ich wieder springen. O. O. Hier ist es noch. Boah. Halt den Maul. Hier ist nicht wie der sich verwundet bin. Natürlich. Ich hänge hier nur ein bisschen mit meinem Bros ab. Ähm, komm Bros wollen wir noch dort hinten Komm Okay Hinter Ich You're dead Meine, meine, meine Meine Freunde haben mich getötet No Hier sehe ich wieder mich Ich will diesmal so einen sein Ein Runner, glaube ich Loading chunks Hi again Rest in peace Yes R.I.P. Me Be a Nerd Or Die I Need Some Help Please Please I Said Please Behead me was a horrible groan I guess There are zombies So natürlich Ich erfunden I Farm Front Of Me Zombies Come to me Quick A A A Boah, weiß Er, dass ich schon hier bin Okay, komm Willst du fighten? Willst du fighten? Willst du fighten? Der soll, will der, will stressen oder wäre der Zombie? No No I'm in, äh, äh, farm Ja egal, boah, das Spiel nervt mich langsam So, okay, ich werde mir jetzt einfach die Leute hier die Zombies umbringen Komm Oh, nee Oh, look Ich hab meine Bros wieder, ist mir jetzt aufgefallen, das sind glaube ich sogar die gleichen Okay, kommt meine Freunde Gehen Dorthin Meine Zombie-Armee Dorthin Meine Zombie-Armee Dorthin Meine Zombie-Armee Lass es Lass es Boah, bitte seid leise, ich hab schon verstanden, dass ihr Döner wollt Kommt Ähm Ja, vielleicht beenden wir das Video auch schon Es läuft ja gerade so gut, mein Bros Äh, ja Ich wollte noch was sagen Wollt ihr? Sag doch was Sag Okay, ja Gut, tschüss